Man kann damit betrügen oder betrügen, um es zu bekommen. Die Geschichte ist voll mit Erzählungen über Menschen, welche die schönste Nebensache der Welt benutzten, um Macht zu bekommen oder zu erhalten, die betrogen und getäuscht oder ihre Macht missbraucht haben, um jemanden dorthin zu bekommen, wo man ihn oder sie haben will. Es gibt so viele berühmte Fälle von Ehebruch und anderen Schweinereien, dass ich mehrere Videos und eine eigene Playlist dazu machen musste. Also abonniere gerne kostenlos diesen Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du keines meiner Videos. Und mit diesem Video geht's nach dem Intro los. Diese Affäre war ein britischer Politik- und Sexskandal in den 1970er Jahren, der den Untergang des Chefs der liberalen Partei markierte. 1971 behauptete Norman Scott, dass er in den frühen 1960er Jahren eine sexuelle Beziehung mit diesem gehabt habe. Diese Behauptung tauchte Mitte der 1970er Jahre erneut auf, trotz erfolgloser Versuche, Scott zum Schweigen zu bringen. 1975 überlebte Scott wie durch ein Wunder einen Schießversuch, weil die Pistole des Täters klemmte. Im folgenden Jahr wurden Scotts Behauptungen über seine Verwicklung mit dem Parteivorsitzenden veröffentlicht. Dieser trat daraufhin als Parteivorsitzender zurück und musste sich wegen Anstiftung und Verschwörung zum Mord an Scott vor Gericht verantworten. Letztendlich wurde er für nicht schuldig befunden, aber sein Ruf wurde irreparabel geschädigt. Im Februar 1988 trat der beliebte amerikanische Fernsehprediger Jimmy Sweeggart live im Fernsehen auf und gestand unter Tränen vor 7000 Gläubigen, dass er gesündigt habe, indem er offenbar Ehebruch begangen habe. Er bat seine Familie und seine Gemeinde um Vergebung, bevor er von der Kanzel auf unbestimmte Zeit zurück trat. Trotz seiner tränenreichen Entschuldigung im Radio wurde Sweeggart im April von den Assemblies of God aus dem Amt entlassen. Im Oktober 1991 fand die Polizei in Indio, Kalifornien, Sweeggart in Begleitung einer Prostituierten, nachdem sie ihn wegen eines Verkehrsverstoßes angehalten hatte. Der Schauspieler Rob Lowe war am 17. Juli 1988 in einem umstrittenen Vorfall mit einem 16-jährigen Mädchen aus Atlanta namens Lena Jane Parsons und ihrer 23-jährigen Freundin Tara Siebert verwickelt. Die Begegnung wurde auf einem körnigen Videoband festgehalten, das später an die Öffentlichkeit gelangte. Lowe behauptete, er habe nichts von Jans Alter gewusst und einigte sich mit ihrer Familie, ohne strafrechtlich belangt zu werden. Obwohl seine Popularität nach dem Skandal vorübergehend litt, gelang es Lowe, seine Karriere wieder zu beleben. Das war es für diese Folge. Wenn dich diese Geschichten interessieren, dann vergiss nicht zu abonnieren und ich sage danke bis zum nächsten Video.